Und da sind wir auch schon wieder. Weiter geht's. ZUM mit Alexander. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn wir gestalten ja seine Karriere jetzt. Das ist schon ein bisschen, ne? Ihr wisst schon. Wir müssen so gut es geht nur sein. Oje. Los geht's, meine Freunde. Ach, wir spielen alle? Okay. Das wollte ich jetzt aber nicht. Nach Möglichkeit hätte ich das gerne anders da gewollt. Aber naja, gut. Dann versuchen wir mal das Beste draus zu legen. Lernen? Legen, genau. Versuche einigermaßen auch mit Alex zu arbeiten, natürlich. Logischerweise. Oh, 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 oh. Gut gesaved. Und Alex Hunter ist am Ball. Ja, so. Gerade gut geblockt auf jeden Fall. Komm Alex, tu mal was. Für dein Geld. So, komm, komm. Das ist natürlich nur... Oh, das war ein Foul, oder? Ah, Vorteil gibt er. Vorteil gibt er. Vorteil. Ach, Alex. Das muss besser sein. Das muss besser werden. Jetzt maust die Katze da hinten schon wieder. Es tut mir leid, wenn er die hört. Oder schon öfters gesagt. Ich kann es halt nicht immer verhindern. So. Aber ist egal. Wir kümmern uns hier weiter um. Natürlich. Eine schöne Flanke vielleicht rein. Oh, 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 oh. Jetzt hat, aber jetzt hat. Und, oh. Abseits. Das war doch kein Abseits. Hallo? Das war von dem anderen vielleicht Abseits. Aber nicht von mir. Da hat er den aber echt ein bisschen fies geblockt. Aber egal. Einmal für uns. Es läuft noch nicht so, wie ich das gerne hätte, wenn ich ehrlich bin. Oh, das war dumm. Das war viel zu lasch. Und unüberlegt. Ach komm. Chiri. Ach komm. Wo ist ein Alex hier? Also wir blocken recht gut, muss ich sagen. Aber wir kriegen halt nach vorne nichts. Das ist ein bisschen... Ärgert mich ein bisschen. Das hier ist doch echt so ein bisschen... Ich weiß nicht. Na, geh doch dran. Und jetzt mal versuchen, schnell nach vorne zu spielen, Jungs. Da oben hin. Ja, oder von mir aus auch da. Ist mir egal. Außer irgendwie weg hier. Da hat man jetzt wieder einen guten Ansatz. Aber das war es auch schon wieder. Welche Schwierigkeit ist denn das eigentlich? Gute Frage. Die wurde mir gar nicht angezeigt. Aber sie kriegen zumindest kein Tor rein. Aber wir sind auch nicht gut mit Alex. Das ist das Problem. Wir müssen... Wir müssen einfach mal besser werden noch. Besser. Wir müssen ein paar gute Dinge machen. Ah, mein Gott. Nein, noch nicht so lasch. Was sind denn das für Leute hier? Der rennt vorbei. Guck mal, da unten ist jetzt schon wieder Platz. Achtung, da ist Platz. Nein! Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, die erste Halbzeit, die wird wohl eher nichts. Ach, das ist doch... Das einzigste Positive, was es gibt, ist, dass sie aus dem Spiel heraus kein Tor gekriegt haben, sondern durch einen dummen, idiotischen Patzer von mir. Das Tor gemacht haben. Gut geblockt. Gut geblockt, Junge. Das ist ja super. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Sorry für die Unterbrechung. Aber das war etwas wichtig. Jetzt bin ich natürlich komplett raus hier wieder, ne? Ah, das ist doch... Okay. Na gut, also dann... Die Sichtung, die haben wir wohl vergeigt. Definitiv. Da sind wir definitiv nicht so gut. Das ärgert mich echt. Das ärgert mich extrem. Das war Shit. Ich stehe irgendwie neben mir. Ich werde gerade erst warm. Ich muss aufwachen. Wir müssen aufwachen. Definitiv. Das Problem ist, es geht natürlich weiter. Wir waren trotzdem besser. Wir sind auf Platz 1 gewesen. Mit 16.000. Trotzdem. Gut gemacht. Das habe ich jetzt so eigentlich nicht gesehen. Aber okay. Und es geht weiter. Okay. Das werden wir doch bestimmt hinkriegen, oder? Bam. Bam. Keine Pro-Skills? Bam. Bam. Oh, yeah. Ist doch so knapp. Ah. Das war knapp. Nein. Nein. Alter. Was ist mit mir los? Alter, das gibt es doch jetzt nicht. Darf doch nicht wahr sein. Rein mit dir. Mann. Oh, auf Rang 9. Das ist nicht so gut. Sollen wir nochmal einen neuen Versuch machen? Komm, wir machen nochmal einen neuen Versuch. Weil wir können das definitiv besser. Oh. So vielleicht nicht. Jetzt ist Alexander. Sauer. Rön. Ruhig. Ruhig. Und gesonnen. Konzentriere dich, Alex. Nein. Das war die falsche Taste. Taste. Das gibt es doch nicht. Hm. Er ist schon wieder hier bei dieser verfluchten Stelle. Das ist aber weniger sogar. Jetzt sind wir wahrscheinlich... Oh. Nein, ey. Keine Spiegelchen, sondern es ist einfach zack rein damit und fertig, dass wir die Punkte wieder haben. Doof. Der ist drin. Der ist drin. Der ist drin. Okay. Naja, wird nicht perfekt sein, oder? Shit. Wir hätten die erste Runde doch lassen sollen. Das ärgert mich jetzt extremst. Okay. Okay. Nein. Nein. Es rettet uns so ein bisschen den Arsch, wenn ich ehrlich bin. Jawoll. Exzellent. Guck mal, war ja gut. Auf Platz 1. Jetzt haben wir aber keine freien Versuche mehr. Kann das sein? Oder ist das jetzt wieder neu dann? Die Pornos, die will keiner sehen von dir. Wir schweigen. Ich weiß, ich weiß. Du kannst nur wünschen, dass du so süß warst. Na, so häftig wie du will kann er aussehen. Oh. Okay. Das war auf jeden Fall wieder ein gutes Ding. Jetzt weiß ich bloß nicht mehr, weil ich ja unterbrechen musste, wie viele Minuten ich schon aufgenommen habe. Deswegen, ich gucke mal ganz kurz. Ich muss das ja dann zusammenschnibbeln. Nicht, dass wir jetzt... ...kennen lang eine Folge haben. Das ist die neue. Okay. Dann haben wir noch 10 Minuten. Alles gut. Wir machen weiter. Enge Ballführung. Das sollten wir hinkriegen, denke ich doch, oder? Komm Alex. Zeig's ihnen. Zack. Zack. Oh, oh. Das haben wir auf jeden Fall, denke ich mal, gut gemacht. Auf Platz 3. Das ist okay. Das akzeptieren wir auch. Wir haben wieder neue Versuche. Okay, das ist gut. Ich könnte mir durchaus mal den Hintern retten, sozusagen. Jetzt die Torvorlage. Okay, 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 okay. Das kriegen wir hin. Zu unserem Garrett. Der dann gleich mal einlocht. Sehr schön. Nein! Mensch, Geralt, was machst du? Komm, rein damit. Und? Ah ja, gut. Das war ein bisschen, ne? Das war ein bisschen lasch. Mein Freund. Zack. Na! Der ging vorbei, aber wir sind trotzdem auf Platz 1. Ist aber auch wieder sehr, sehr knapp. Muss ich sagen. Aber egal. Wir haben es auch wieder hin. Super. Angriff 2 gegen 3. Okay. Ich will ein paar Skills sehen. Positioning. Being a Teamplayer. Let's crack on, Lads. Das ist okay. Alles gut. Teamwork ist bei mir sehr, sehr groß geschrieben. Das kriegen wir hin. Zack. Das war schon mal das erste Teamwork. Ah! Nein! Oh. Okay. Das könnten wir vielleicht nochmal machen müssen. Ja, das müssen wir bestimmt nochmal machen. Das ist doch nicht so... Der Burner war! Oh, 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 Garrett. Er ist draußen. Ja, das machen wir nochmal. Weil das war jetzt nicht so... Ne? Ihr wisst schon. Hm. Okay, okay. Oh, 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 oh. Oh, da hat er jetzt aber... Nee, halt, wer semmelt, Gerrit. Mensch, was ich mit dir lossehe. Die Runde ist jetzt echt ein bisschen... Komm, wir sind mal voll der Egoist. Könnt's ja mal probieren. Das ist jetzt nicht so der Burner. Jetzt ein bisschen mehr... Lauf doch mal, Gerrit. Äh, weißt du? Blarven kannst du sonst wo, wenn du tot bist, zum Beispiel. Ach. Alex, was ist mit dir los, ey? Was mit ne Luz-Nummer? Ach, ich wollte gleich nochmal passen. Also, das klappt noch nicht so. Soll man nochmal einen Versuch machen, aber wenn wir dann schlechter sind, dann haben wir ein Problem, ne? Das war doch mal ein gutes Ding. Das war auch ein gutes Ding. Okay, das war ein schlechtes Ding. Oh, das war nicht schlecht. Sollte vielleicht auch weniger... Oh. Pässe in den Lauf machen oder so. Warum kriege ich denn... Es habt ihr jetzt nicht gekriegt. Dumm. Egal. Wieder auf Platz 9. Okay. Egal, wir lassen es so. Passt. Elf gegen elf. Eure letzte Chance, um uns zu zeigen, was in euch steckt. Stellungsspiel, Skills, Teamgeist. Darauf achten wir. Viel Erfolg. Okay. So, das machen wir in der nächsten Runde jetzt. Ich mach jetzt doch ein bisschen früher Schluss, damit wir das einfach wieder in der nächsten Folge drin haben. Deswegen, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Fever 17 mit The Journey. Ciao. Ciao. Ciao.